Na, wie war dein Abend noch? Ganz gut. Ja, was hast du noch gemacht? Darfst du niemandem sagen, ja? Ich hab Mats Hummels gebunzt. Nein! Nein, wie gut! Und was hast du gemacht? Ein Kollege hat mich direkt spontan angerufen und dann hab ich... war ich auf dem Geburtstag von ihm. Oh, ich hab's voll vergessen! Wir waren verabredet, sorry! Ja, alles gut! Bro, tut mir leid!